Wir postulieren ja so ein bisschen bei UnUniTV, eine andere Bildung ist möglich und wenden uns ja damit ein bisschen von diesem klassischen Bildungsverständnis ab. Bildung gleich Content, gleich Didaktik, gleich didaktische Aufbereitung. Martin ist heute zu Gast hier als Experte für digitale Bildung. Hallo erstmal. Hallo. Und du hast ja auch schon häufiger, ich habe dich verfolgt, deinen Unbehagen gegenüber sämtlichen didaktischen Modellen geäußert. Didaktik ist ja nicht, also die Abwesenheit von Didaktik heißt ja nicht Abwesenheit von Struktur. Also ich bin überhaupt nicht dafür, dass man Lernsituationen komplett unstrukturiert lässt, sondern ich würde sagen, es gibt zwei Sachen, die das quasi auffangen. Also der eine Teil der Lernsituation ist ja bestimmt dadurch, dass jemand etwas wissen will und sich an andere wendet, die das vermitteln erstmal. Also wenn ich was von dir wissen möchte, dann wende ich mich an dich und du erklärst mir das. Das ist die natürlichste, substanziellste Lernerfahrung, die man haben kann. Und das andere, was Didaktik nicht ersetzt, sondern was dann überhaupt in den Vordergrund tritt, ist, würde ich sagen, Design, jetzt sage ich dann immer, im Sinne von Gestaltung von Lernumwelten. Was es ja früher auch gegeben hat, also die Schule ist ja designt, also designt im Sinne von, man erfindet, sind die Räume hell, sind sie dunkel, wie sitzen die Leute, wie ist das Rollenverständnis des Lehrers, wie ist das Rollenverständnis des Schüler, welche Medien haben sie, dürfen sie Smartphones benutzen. Das ist alles designt, das ist nicht Didaktik. Damit gestalte ich die Umwelt. Aber natürlich wird da durch Struktur eingeführt, sie haben bestimmte Dinge wahrscheinlich gemacht.